So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet und, nein, ich habe es nicht vergessen, ich habe mir extra etwas Zeit gelassen, da wir so viele andere Sachen wieder zu tun hatten und rausgeballert haben und immer so 10 Videos an einem Tag übersättigt natürlich die Gemeinde. Mittwoch geht es los, Mittwoch kommt das neue Event, die Wetterwoche wird gestartet, auch mit einem neuen Shiny. Dazu wollen wir gleich mal ein bisschen schauen, was es da alles gibt und worauf ihr euch freuen könnt. Wir haben vorher noch ein paar andere Sachen, die auch brandaktuell gerade sind. Brandon Tan hat die maximalen EP in Pokémon GO erreicht. Bei ihm zählen die Punkte schon wieder rückwärts. Er ist also, im Leben geht es nauf und wieder nunner. Es geht nauf und wieder nunner. Irgendwie so haben die das mal gesagt, damals beim Sven. Irgendwie, wenn ich das jetzt selber sage, klingt das irgendwie voll dumm. Bei ihm klang das immer richtig lustig. Auf jeden Fall ist Brandon Tan, sagt ihr eigentlich Brandon Tan oder Brandon Tan? Das ist wie die Tan-Nummer bei der Sparkasse oder bei euren Banken. Also Brandon Tan ist ganz oben, hat das Limit erreicht. Es kann nicht weiter zählen wegen diesem 32-Bit-System. Deswegen zählt es jetzt wieder Minus und irgendwann ist er wieder bei 0 Punkten angekommen, sozusagen. Nein, also wen das interessiert, checkt mal seinen Kanal ab. Er hat sicherlich auch ein Video darüber gemacht. Ich habe jetzt nur diesen Artikel hier gesehen. Das geht weg. Dann, fette Ankündigung. Wer es noch nicht mitbekommen hat, dieses ganze Freundesfeature wird überarbeitet. Dieses Empfehlungssystem kommt rein, wo ihr Freunde empfehlen könnt. Ihr könnt Leute dazu einladen, die lange nicht gespielt haben, Pokémon GO wieder zu spielen. Oder halt Leute, die es noch nie gespielt haben, Pokémon zu spielen. Und wenn die aktiv spielen und bestimmte Sachen erreichen, dann bekommen die bestimmte Belohnungen und ihr eben auch. Ja? Und was halt noch daran verknüpft ist, es gibt auch eine Medaille. Sehen wir die jetzt hier? Genau. Friend Finder. Eine Medaille. Ihr müsst, glaube ich, insgesamt 50 Freunde anwerben, um die zu vergolden. Die gibt es nicht auf... Wer hat gesagt, die gibt es nicht auf Platin? Hä? Da sind doch vier Stufen. Bronze, Silber, Gold, Platin. Also müsste Platin ja dann 50 Leute sein. Ähm. Was ich natürlich... Ne, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gar keine Meinung dazu. Die Meinung dazu habe ich dann erst, wenn das dann veröffentlicht ist. Was ich aber interessant finde, im Zuge dieses ganzen Freundschaftsupdates soll wohl auch die Freundschaftsliste erweitert werden. Ich habe jedes Mal, wenn Leute gefragt haben im Stream Ramses, äh, kannst du mich etten oder kann ich dich etten oder kann ich in deine Liste? Ich hatte immer die 200 voll, immer die 200 voll, meistens über 100 noch Anfragen da, die dann wieder erloschen sind nach sieben Tagen. Und ich habe immer gesagt, schreibt Niantic an, sagt, die sollen die Freundschaftslisten erweitern, dass da mehr Platz ist. Ihr habt das gemacht und Niantic hat darauf gehört, statt 200 Freunden wird es bald möglich sein, 400 Freunde zu bekommen. Also gleichzeitig zu haben. Ob man dann auch mehr Geschenke verschicken kann, das muss man dann sehen. Bei den 200 ging es sich eigentlich gut aus. 200 auf der Hand, immer 100 Geschenke verschickt. Die haben interagiert am nächsten Tag. Also habe ich an dem Tag den 100 geschickt, die nichts bekommen haben. So hat sich das immer abgewechselt und alle sind gleichzeitig dann hochgelevelt worden. Wenn man 400 hat, dann müsste man aber mindestens 200 Geschenke verschicken können, damit sich das irgendwie noch eine Gleichheit oder so gedönst. Was nun wirklich, diese alten, gammeligen hier von 26. August 2019, diese alten, gammeligen Storys. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann hat man halt 200 beste Freunde, die man richtig stark und genial findet und 200 zum Leveln. So könnte man es natürlich dann auch machen. Und ja, diese Freunde empfehlen, wo viele schon gesagt haben, da machen viele sich dann einfach einen Fake-Account und laden den. Einen Fake-Account und laden den. Klar, ihr kriegt dann keine Belohnungen, wenn die nicht aktiv spielen. Aber ihr kriegt ja trotzdem die Medaille. Und dafür eine Medaille zu machen, finde ich eigentlich, weiß ich nicht. Ja gut, man kann zu allen Dingen eine Medaille machen, aber die finde ich halt, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd. Wie ihr das findet, könnt ihr ja auch mal reinschreiben. Dann ganz wichtig, für euch nicht, aber es wird ein Holy-Festival in Pokémon Go geben. Ein Holy-Festival und eine Wayfarer-Challenge. Aber in Indien, das Ganze findet am 28. März statt. 10 Uhr bis 20 Uhr, 10 Stunden und wie immer ist es so, es geht im Prinzip nur um Rauch. Wir haben ja schon das Mexiko-Event gestreamt mit Rauch. Da weiß ich noch nicht, wie das zeitlich reinpasst, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wäre vielleicht eigentlich ganz interessant. Aber irgendwie wäre es auch nicht interessant, denn was gibt es denn für Pokémon? Also, die kommen alle aus dem Rauch. Dann bei dem Holy-Festival. Dann stehst du halt irgendwo in Indien und rauchst und freust dich, dass das halt da so ist. Dann gibt es noch eine zeitlich begrenzte Forschung. Auch hier gibt es noch ein paar Items dabei. Goldene Himibären, silberne Sananabären sind da vielleicht ganz gut. Entwicklungssteine, Mega-Energien gibt es für verschiedene Mega-Pokémon. Super-Brut-Maschinen, Premium-Pässe. Also die Forschung wäre schon ganz nett. Im Shop erwartet die Spieler außerdem eine Box mit drei kostenlosen Rauch und eine Box für 100 Poké-Münzen mit 30 Poké-Bällen, einem Glücks-Ei, 10 Sananabären. Das ist ja das Bild. Das sieht auf jeden Fall cool aus, wenn wir einen Stream machen würden mit diesem Bild. Das wäre mega. Irgendwie gibt es dann vielleicht auch T-Shirts, ob die jetzt kostenlos sind oder man die kaufen muss im Shop, wissen wir noch nicht. Die sind dann aber weltweit. Eben wegen Holy-Festival, die Wayfarer-Challenges. Lassen wir jetzt einfach mal weg. Wer sich dafür interessiert, habt ihr ja sicherlich bei anderen Leuten schon gehört. Ich bin aber trotzdem am überlegen, vielleicht das Holy-Festival irgendwie zu streamen. So 10-Stunden-Stream Holy-Festival mit Gast am besten noch. Dann haben wir hier die Wetterwoche. Die Wetterwoche, das ist das, was für euch interessant wäre, nämlich am Mittwoch. Die Zuschauer haben gut aufgepasst, wir nicht. Ich habe immer so gedacht, am Dienstag wechselt das, weil bisher die Events immer am Dienstag losgegangen sind. Dienstag, 10 Uhr kam ein neues Event. Dienstag, 10 Uhr hat Raidboss gewechselt. Wir wissen, Voldolos bleibt natürlich jetzt eine Woche länger. Ist nämlich zwei Wochen da. Erst die Woche danach, Dienstag, kommt dann Boreos in der Tiergeist-Form. Aber das Event, die Wetterwoche, kommt am Mittwoch, 10 Uhr. Und endet bereits am Montag um 20 Uhr. Also Montagabend bei Chill mit Ramses ist das um. Fokussiert sich dabei speziell auf Regen und windiges Wetter. Passend dazu gibt es auch wieder neue frühlingshafte Kleidung für deinen Avatar im Shop. Details sind bekannt. Ihr seht ja ganz groß, da ist schon hier dieser Lusttropfen auf dem Bild. Also Formio, Regen. Bisher war es wirklich so, dass Formio, die Normalform, anders aussah in Shiny als nicht Shiny. Aber das ist der einzige Unterschied, den es gab bei Formios. Denn alle drei anderen, Regen, Sonne und Schnee, waren genau identisch als Shiny und nicht Shiny. Ihr habt Glitzer gesehen, aber ihr habt nichts anderes gesehen. Deswegen waren die Formen eigentlich uninteressant. Jetzt wurden die aber abgeändert. Da können wir mal hier auf diesen Artikel kurz gucken, wenn wir hier runterscrollen. Ihr seht, die Regenform hat jetzt ein richtig kräftiges, starkes Gesicht. Auch die Schneeform, richtig kräftig und stark. Und auch die Sonnenform hat jetzt Sonnenbrand bekommen. Also jetzt unterscheiden die sich doch zum Glück, dass es sich überhaupt lohnt, das Shiny zu gönnen. Steht auch hier alles dabei. Der Sternenstaubbonus für Pokémon mit Wetterboost ist erhöht. Sternenstaub sowieso immer gute Sache. Formio, Regenform gibt es erstmals in der schillernden Form. Die Shiny-Variante dieser Form war nie zuvor in einem Pokémon-Spiel der Hauptreihe erhältlich. Ihr Auftreten im Pokémon Go ist somit nun etwas ganz Besonderes. Also die guten Pokémon-Go-Spieler. Bei passendem Wetter, Regen oder stürmisch erscheinen neben Formio auch Wingul und Pikulende gehäuft. Wenn man jetzt unbedingt Wingul und Pikulende braucht. Ich wüsste nicht für was. Aus 5 Kilometer-Eiern Endon, Quapsel, Warblue, Driftlon, Mantirps, Schalkwa, Pikulende. Stufe 1 Raids, Fleckmon, Zabladin und andere. Stufe 3 Raids, Schwalbos, Pelipper und andere. Stufe 5 Raids, Voldolos. Zack, Voldolos trotzdem bei Raids für Zuschauern. Das Interesse war jetzt nicht mehr so groß. Viele besiegen den schon mit 2 Leuten, 3 Leuten, 4 Leuten. Mit 20 Leuten besiegen die den auch. Ist trotzdem aber ein relativ gutes Pokémon. Und auf jeden Fall 1000 Mal besser als das Boreos in der Tiergeistform, was danach kommt. Dann macht lieber jetzt ein paar mehr Raids von Voldolos. Und macht dann bei Boreos gemütlich eure Pause. Und bei Demeteros dann wieder richtig rein-cashen, ja. Also so wäre mein Plan zumindest. Ich versuche ein 100er Voldolos zu bekommen, obwohl ich jetzt nicht so intensiv spiele wie bei Mewtwo. Eine Begegnung mit Formio gibt es auch als Belohnung in Feldforschungsprojekten und in der befristeten Forschung. Sobald diese bekannt ist, wird das hier ergänzt. Von Mittwoch bis Samstag erscheinen Pokémon häufiger, die von Regen angezogen werden. Aquana, Loturzel, Flunschlik. Wildes Aquana gegönnt. Direkt Shiny. Nein, Shiny bestimmt nicht. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der ein wildes Shiny Aquana gefangen hat. Und dann Samstag bis Montag. Also ich habe Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Regen. Und dann Samstag, Sonntag, Montag, drei Tage dann Wind. Also stürmisches Wetter steht ja hier. Panzer Aeron, Schwalbini, Dusselgur. Finde ich bis jetzt immer noch Aquana am coolsten so als Spawn. Hier habt ihr das Bild von dem Shiny, ihr habt der Voldolos da natürlich in den Fünfer Raids. Hier habt ihr auf der anderen Seite nochmal kurz die Übersicht. Da steht im Prinzip nochmal dasselbe dabei. Auch nochmal hier von 10 bis 10 und dann 10 bis 20. Die zwei Daten. Äh, 24. bis 27. Eben steht genau einfach dasselbe wirklich. Regen und dann der Windaspekt vom 27. bis 29. Ihr seht hier ein normales Formio Shiny. Und dann habt ihr natürlich die Regenform hier noch drin, wenn ihr Glück habt und die fangt. Wann die anderen kommen, weiß man nicht. Sonne und Schnee spielt jetzt mal keine Rolle. Was so in, sonst noch erscheint oder aus, aus Eiern kommt, ist alles aufgelistet. Aber ich finde auch von den Pokémon an sich jetzt nicht wirklich was, äh, interessant. Die kompletten Raid-Bosse sind aber trotzdem noch nicht bekannt. In den Mega-Raids wird es dann Hundemon, Voltense und Rex Blizzard geben. Genauso wie jetzt. Jetzt sind die drei ja auch drin. Und, ja, vielleicht gibt es dann mal wieder Mega-Raids für Zuschauer. Wenn ihr das möchtet. Am Donnerstag oder so vielleicht. Äh, ansonsten war es das eigentlich. Also, ich bin gespannt. Ein paar XL-Bonbons für ein paar Regen-Pokémon oder Wasser-Pokémon kann man sicherlich mal mitnehmen. Vielleicht Evoli ganz viel. Mal einen Aquare auf Level 50 machen, der guten alten Zeiten, äh, zuliebe. Und natürlich Formio Shiny Hunting. Ansonsten weiter Voltolos-Raids machen. Mehr gibt es da jetzt nicht mit dem Holy-Festival. Müssen wir uns mal anschauen, ob das passt. Äh, vielleicht da zehn Stunden Rauch-Stream. Das wäre auf jeden Fall was Besonderes. Und 400 Freunde freue ich mich drauf, wenn das soweit kommt. 400 Freunde zu haben und dann einfach mehr Leute immer zu sagen, ja, ich hab Platz. Kommt alle rein ins Lebkuchen-Haus, ne? Ich beiße nicht. Ähm, was findet ihr am interessantesten oder auf was freut ihr euch? Wie findet ihr die Wetterwoche? Geiles Event oder nutzloses Event? Oder naja, da gab's schon ein besseres. Das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und ich glaube, ich mach heute noch ein kleines GBL-Video. Was ich dann später raushau. Also bis später. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und heute Abend wieder chill mit Ramses Livestream.